Wer bricht da aus? Ihr Monster! Zurück! Zurück! Aldemar HD Toll! Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Slime Rancher Wir haben zuletzt die Forschungsstation freigeschalten und ich muss sagen, alter Schwede, das ist so viel Wir haben immer noch nicht diese Dinger geöffnet Schatzkapsel verschlossen, ich hab immer noch nicht versucht rauszufinden, wie ich die öffnen soll Aber eigentlich mir ist... Ich meine, äh... Vielleicht finden wir das jetzt mal raus, ja? Das Labor. Egal. So Wir holen mal ein paar Plots, weil wir sollen das mal in diese Raffinerie da werfen, dann machen wir das mal zum Ausprobieren. Und dann hab ich noch ein Dordo Slime im Dschungel, den ich finden muss Das ist ganz wichtig. Und ich muss ein paar Upgrades mir mal kaufen damit ich mal länger laufen kann und so Okay, so. Haben wir erst nochmal leer hier. Was haben wir denn? Von was... Wovon haben wir denn viele? Sechs Ich hab doch bestimmt hier noch ein paar Mal hier Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das zu raffinerieren, aber wir werden sehen Damit nur dieser Stern da aufhört Bus, werf was in mich rein Ich komme schon Mit Plutonium Die beste Idee ever Ich meine, es sieht doch aus wie ein Reaktor So, fertig. Und jetzt Der Baumeisterladen Der Baumeisterladen ermöglicht es dir Baupläne zu kaufen Zum Bau eines Gerätes ist immer ein Bauplan notwendig Schau immer wieder mal in den Baumeisterladen um nach neuen Bauplänen zu suchen Neulingsbohrer Erlaubt es dir nach vergrabenen Ressourcen zu bohren Hält ein Zyklus Finanzieren Oh mein Gott, was ist hier los? Felsblaut Pinkblaut Ah! Oh, neviosin Seh mal Felsblaut Pinkblaut Oh Mein Gott Oh mein Gott Neulingspumpe Erlaubt es Ressourcen unter der Erde abzusaugen Hält ein Zyklus Was ist denn das? Komm, wir kaufen eins Wir sollten doch irgendwas kaufen Und jetzt ist das hier Aha Okay Der Fabrikator Ja, ich weiß, aber Wir brauchen dann das noch Den Plot Egal, komm, wir sammeln mal Pinkplot und Felsplots Ich muss ja eigentlich hier mal Pinkplots und Felsplots jetzt hin tun Egal Wow Äh Abgefahren Alter, guck mal, was ist denn hier? Abgefahren, Scheiße Abgefahren Okay, alles klar Wir brauchen Pinkplots und wir brauchen Felsplots wieder Gerade alle Plots irgendwie Komm, dann müssen wir uns eine Pinkfarm wieder setzen Guck mal her, ihr Kacker Komm her, Pinkplots Pinkplots Seuche So Okay Dann brauche ich Felsplots Felsplots Plots Flimes Entschuldigung Und ich habe die Alten weggeworfen Ich meine auf Reisen geschickt, Entschuldigung Auf Reisen geschickt Gerät platzieren Ja, wir müssen erst noch Felsdinger finden Vier Die kommen ja jetzt hier überall raus eigentlich Au Ich glaube, wir finden noch da hinten ein paar Vielleicht finden wir doch direkt ein paar Plots Können wir mal gucken Gordoslimes fangen Ey, so viel Alter Schwede Hier sind Mietslimes Ich will keine Mietslimes Ich will keine Miets Nein Geht mir doch jetzt Ja, geht doch Oh Na egal Neun Stück Reichen die erst mal Egal, wir gehen zurück Warte mal, gibt es hier nicht irgendwo Wir haben doch einen Teleporter hier Aus dem Weg So Ah Ach, hier bin ich Ach ja, genau Was hast du wirklich, was ich habe zu tun? Möhren, nimm mir mit Lass mich durch Ich bin Arzt Na, nicht so viele Typen Wir brauchen noch Weiber, Leute Unfassbar Gerät platzieren Kann ich auch irgendwie bessere Hühnerfarmen bauen oder so? Ah, so Okay Gut Pink Slimes Das ist die Nummer hole, ey Unfassbar Ich muss hier unbedingt das ganze Gemüse ernten Äh Ja, stimmt Ich muss sie hier oben bauen Ich habe Hoffentlich habe ich genug Geld für Gehege Für Ich brauche unbedingt Fangnetze und so Machen wir erstmal gerade hier Platz Pink Slimes So Dann machen wir hier Arschgeigen Hohe Arschgeigen Fangnetze Arschgeigen Scheiße Was Ne, ihr wart Ihr wart Obst, ne Wart ihr Obst? Wart ihr Obst? Ihr wart Gemüse Ihr wart Gemüse Ah, geht doch Mach kacker Fein Oh, voll auf die altmodische Art hier Aua Ja, ich mache das gleich Hier gerade So Finanzieren Neulingsbohrer Erlaubt nach vergrabene Ressourcen zu bohren Aber was für Ressourcen? Onward to science Okay, dann jetzt T Neulingsbohrer installieren Oh mein Gott Oh, wie cool Guck mal Oh mein Gott Und was machst du jetzt? Oh, ist das cool Guck mal, wie cool das aussieht Das ist unfassbar Okay, wir kommen wieder Ich muss Geld machen Oh mein Gott Ey, Slime Rancher Ich erkenne, es kommen doch wieder Wie abgefahren Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet Ja Ich habe gedacht, es gibt einfach nur mehr Slimes Und so und fertig Ja Aber damit Gar nicht Überraschung, Überraschung Winner, Winner Slime Dinner Sehr gut Ach, scheiße Voll überladen immer noch Warte mal Ich muss mal gerade das hier wegwerfen Ins Gehege Mit dir, mein Freund Die Karocken Äh, Karocken Ne, die müssen wir behalten So, ist drin, ja Sehr gut Bong, bong Habt ihr das gesehen? Wie der hin und her getitscht ist Hehe, he Okay Tut mir leid Komm, Ausdauer Haben zwar wieder einen Engpass gerade Aber So, dann haben wir hier noch Guck mal, die halten jetzt für immer, ne Irgendwie So Dann bringen wir das mal rein, würde ich sagen Okka, okka Ich muss unbedingt jetzt gerade Geldsfarmen Für die Pink Slime Gehege Ähm So, Karotten Okka, okka Ach ne, war doch auch Okka, okka Entschuldigung Ach, da sind immer noch Karotten drin Unfassbar So, jetzt haben wir noch Mincis Äh, Plorts sammeln wir gleich Mincis für die Honig Slimes Und Hühnchen Müssen wir noch haben Das waren auch mal mehr So Sehr gut, sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut Sehr gut Mincis Hier Ihr seid ja genug Ihr werdet die bestimmt alle aufessen Macht doch mehr Spaß Als dieser Futterautomat So, dann sammeln wir am besten hier zuerst Ah, ja, guck mal Also ich kreuze ungern Ihr kennt mich Ich mag das nicht Ich will die rein haben Reinrassig Vollblüter Ah, sind noch sieben drin So, haben wir hier bei den Lavapennern noch irgendwas? Ja, guck mal Da ist auf jeden Fall viel Wehe, ihr seid gemein Wann wird denn das nochmal eingesaugt hier? Komm, saug nochmal ein Saug doch Ah Ah Oh, das gibt Kohle I can feel it I can smell it See money Oh, mich hing fest Okay Müsste Schnellstraße geben So Speedläufer oder so Speedläufer So Teppiche Weißt du? Wie so ein Läufer, der einen schneller macht Na, was ist das denn da für einer? Das sind alles so voll die abgefahrenen Dinger, ne? So, alles klar Dann machen wir mal Äh, eins zu Hause für Diablo, äh Pink Slime El Diablo Pink Slime Und hier brauchen wir ein Fangnetz hier oben drauf noch Warte mal, erstmal hier Musikbox Fangnetz Plortsammler Sehr gut Wehe, bricht da aus Ihr Monster Zurück Zurück Naja Wir werden sehen Schatzknacker Erlaub es dir, Schlösser an einem normalen Schatzkapsel zu knacken Besuche den Ausrüstungsladen Wir haben aber keine Doch, wir haben noch 2.900 Alles klar Vielleicht brauche ich noch mehr Farben Ja? Ich brauche noch Ich brauche Pogo-Fruchtbäume oder so Hier läuft's Läuft, läuft alles Ausrüstungsladen Damn Schatzknacker 4.500 nur Scheiße Scheiße So, wie auch immer Ähm Ich glaube Im Dschungel Das war ein Hühnchen Äh, Dinges Wir werden sehen Wie komm ich nochmal in den Dschungel Äh, warte mal Wir nehmen Den Teleporter Dann sind wir schon mal die Hälfte gelaufen Und dann versuchen wir mal Diesen Gordo Im Dschungel platt zu machen Und dann widmen wir uns mal komplett der Forschung Gordo Slime Wir werden dich finden Wir werden dich stopfen Und dann vernichten Der ist irgendwo da Ja? Der ist da irgendwo Das Tolle in diesem Spiel Es gibt keine Ladezeiten Oh, guck mal da Ne, wenn wir die mal suchen Die Cube Berries Dann finden wir die Ach, guck mal Irgendwas Tolles Es tut mir leid Quadrabäre Ah, wir haben dich ja Ich will Ich brauche unbedingt Einen Quadrabärengarten Welche Welcher Slime Ist denn Quadrobäre Eigentlich? Ach, okay Phosphorslime Müssen wir unbedingt auch mal machen Haben wir jetzt wieder Neues Gelände Vielleicht filmen wir ja Diesen, äh Jägerslime hier mal Diesen super seltenen Den super seltenen Mal genau das Auge aufhalten Jetzt gucken wir erst mal Den Gordo Slime Gucken wir erst mal Hier nochmal richtig Ob wir den irgendwo Hier noch Welche übersehen haben Ist so unsichtbar Der Slime, ja? Man sieht den Nur ein bisschen Da oben ist noch ein Schlüssel Da oben ist der Schlüssel Okay Schlüssel Da wollte ich eigentlich Zuerst hin Leider habe ich das nicht getan Ich weiß nicht Ob der Hühner will Weißt du Können schon mal ein bisschen Essen sammeln Platz brauche ich nicht Steinküken auch nicht Mal warten kurz Ah, so kann man auch hoch Okay Ach, hier bin ich schon lang Genau Guck mal, kann ich da hoch? Der ist gesehen So, hier war einer So ein Komm, unsere Skara Da Nein, das ist eine Miets Miets, oder? Ah Ich will keine Mietslime Aber das sieht so ähnlich aus Was ist das denn? Habischel Für Mietsen? Ach, guck mal Das lassen wir mal hier Obwohl ich das gerne Mitnehmen würde Wollen Aber ich bin auch Auf Expedition Ich kann das jetzt nicht Die ganze Zeit Mit mir rumtragen Das gibt's doch nicht Hallo Rara blöder Slime Wo bist du denn? Ich will ja damit spielen Aber die Mietsen wollen bestimmt damit spielen Na ja, gut Da ist ein böser Tarslime Okay Wir gehen mal weiter Honig Slimes Look Da Oh, wir haben einen Jägerslime Unfassbar Wir haben es Vergiss den, der Hasel Du hast irgendwas Hast du den Hühner gesehen? Oh man Super Wir haben einen Jägerslime Ist das geil Wurde mal Zeit Ey Da Da Der braucht Früchte Ne Früchte Ja, wir stopfen Nicht gleich voll Mein Freund Keine Sorge Okay, alles klar So, ich glaube aber Wir müssen Das Prinzessilein Hier erstmal Wegbringen Und wir bringen Früchte mit Oh, ich kann Mittlerweile Da rüber Ne Oh nein Oh Gott Ich hätte meinen Jägerslime verloren Ich trottel Ich gehe jetzt erstmal Nach Hause Ich gehe jetzt erstmal Nach Hause Ich finde hier Keine Früchte Nicht genug Auf jeden Fall Hier ist alles Voller Pest Überall Grasieren Die Tars Hier auf jeden Fall Unfassbar Unfassbar Forst Forst Ich glaube ich Ich glaube da Da oben Kurz warten Das Schatzdingen Genau Ach Gott sei Dank Ich dachte ich muss jetzt schon wieder neu hochlaufen Aha War ich hier schon? Jetzt bin ich aber Jetzt bin ich aber mal Jetzt bin ich aber Ich darf nur nicht irgendwo reinfallen und sterben Deswegen gehen wir mal Hier war ich noch nicht Glaube ich Oh wieder ein Hier muss er Doch zwei Jägerslimes Zwei Jägerslimes Unfassbar Wir sind die Besten Wir sind die Besten Schatzkapseln Na lesen wir das mal Toll langweilig Hm Ich könnte ja eigentlich doch mal Phosphor sammeln Baum bestimmt noch für irgendwas zum bauen Ach guck mal hier sind wir Ach Okay Boah die Expedition ist bis jetzt grandios Das ist einfach viel Früchte mitbringen demnächst Um dann den Den Mietslime Äh Den Honigslime Zum Platz hin zu bringen Guck mal Das ist ein Jägerplot Mit Jägerplot können wir ja auch Äh Züchten Quasi Nicht wirklich züchten Aber kreuzen Ein Jägerslime Und ein Mietslime Das wäre doch mal interessant Geht weg Ihr Tars Ist nichts mehr Ne Sind wir hier oben Der ist kein Gordo Hm So ich will jetzt hier raus Schnauz voll Komm Jägerslime Ihr müsst aber mehr als nur den eingeben Lüner Geh weiter Wir haben Jägerslimes Oh ja Oh ja Wir haben Wir haben Jägerslimes Oh Slimes Slimes Jäger Komm her Du Phosphor Bitch So Was ist das denn Wasserplot Ja ist es So was war noch hier Nichts mehr ja Alles klar Ab nach Hause Ah Da sind wir Okay Leute Es ist Zeit Ich muss abschweichern Wir sehen uns Nächste Folge wieder Bei Slime Rancher Und da werden wir Zuhause Für unseren lieben Kleinen Jägerslime Finden Und bis dahin Leute Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal